und herzlich willkommen zu drei und vier sechsten Folge FIFA 18 mitgenommen Dresden und ja mein Manager Rating mein Manager Rating ist leicht gefallen ich weiß nicht warum aber ist halt so vielleicht haben wir nur weil wir nur 1 zu 0 gewonnen haben ich weiß nicht haben sich die Verwartungen schon geändert so ich will mal gucken was diese Verspieler haben Kadarabek Nordfeld Nordfeld Bicicic Hübner Zubar Demir bei Geiger Amiri Wagner Kramaric ist ja alles geblieben hier was denn da los na dann müssen wir den mal loben den Nagelsmann den Juli an ach jetzt weiß ich aber auch wie ich drohe nach Riga gewechselt habe Müller war ja gesperrt nach der ersten Partie hat kein Bock mehr gehabt gegen die Schalke sich diese Niederlage anzutun kann man ruhig wieder reinhören so hier ist er der Müller wir müssen ein bisschen bisschen Rotation reinkriegen Busquets mal für den Graf Dujevic mal für Berko Ah ne ich brauche die Schnelligkeit der 1000 das ist mal ein Kader mit dem man arbeiten kann Herr Minge vielleicht wenn sie ein bisschen Knet übrig haben können sie sich sowas zusammenstellen es ist nur bei FIFA möglich so ein Kader sich zusammenzustellen durch finanzielle Hilfe aus einer Familie aus dem Orient Wach weil FIFA mal wieder mir 30 Millionen unterschlagen hat aber heute geht es erstmal im zweiten Erstliga Heimspiel geht es gegen die TSG 1899 Hoffenheim und Harald Fimmler ist unser Schiedsrichter ja heute erwartet uns ein Spiel so Kreuzer wieder im Aufgebot Müller wieder drinne läuft doch dafür Graf diesmal raus und Busquets drin Schauen wir mal auf die Aufstellung von Boah Mann das gibt's nicht zweimal abgefangen und wir machen das gleiche so und einfach mal abziehen ein paar Worte zum heutigen Heimti Buschi das ist eine harte Saison das ist heute nur abgefälscht es will mal einmal schon voll die Seite offen weil der ist bisschen offensiver als zu früh oder wie man den Namen auch ausspricht wenn wenn ihr jemanden holländischen kennt und er weiß wie der Name ausgesprochen wird sagt es mir irgendwie in die Kommentare oder Lautschrift und ach ach Moment verpasst zum Abspiel das Zeug hat er drücken wir ihm die Daumen Lobelabend ist vor so mit der Teuerste Transfer den ich getätigt hab alle Spieler die am meisten haben wollte der spielt aktuell noch gar nicht das ist auf und früchtelt Boah 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 das Tor vorhanden ein Junge sei doch nicht so hart ich habe der wird vielleicht drinnen soll ich habe auch den ersten Ball schon drin gesehen Konzept die Litsch und können jetzt der Partie den Tempel aufdrücken das war ein klasse Freistoß ey was sind wir denn zu Hause so beschissen und damit haben wir den ersten Treffer jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen gibt's jetzt die Gelegenheit und das ist der Ballverlust boah mann schon wieder Passlack ja den wollte ich eigentlich auch haben seid nur zu früh geworden oh Schiri Schiri eh da es war noch keine Bewegung zum Ball das war doch nur auf dem Körper und ich hab Tempo drauf gehabt das ist dann jede kleine Berührung kann ihn umhauen oh nein boah ey was ist denn los ey 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 Mann Mann Spiel doch hoch der stand tief im Abseits der Schalei der Linienrichter erhebt die Falle Schalei für den Bruchweg Boys ist ja auch schon wieder länger her das war so die Zeit wo der Schurrle geglänzt hat jetzt glänzt er gar nicht mehr jetzt jetzt kleckert es dort kräftig Mann der Ball kommt nicht an ich hab bis jetzt in der ersten Liga nicht mehr als einen dröten Mücken pro Spiel und um hier zu gewinnen brauch ich zwei oh das ist dann die Wahrheit Schwebe du blöder Sack ey auf einmal darf der halten gegen mich der hat hier der hat bestimmt die Taktik verraten ich bin ja wirklich schon fast wieder mit meinem Kader hey ey das wird nicht geahndet sowas das wegschieben boah das sieht gut aus und der Ball geht nicht rein aber was für eine Szene und was für eine Chance da sind sie gerade noch zur Stelle ja zwei Minuten oh, lof doch nicht weg vom Ball zum Ball boah, dann dass die jubeln in meinem Stadion das geht nicht das geht so nicht jetzt schon traurig eigentlich Mann zu schnell zu schnell auf einer möchte jetzt natürlich an die Einstieg aus dem ersten Durchgang anknüpfen doch kommen nein das geht Freistoß aber zeigt auf der Karte das könnte die Gelegenheit werden boah Scheiße Scheiße den Ballspieler gleich wieder zurück die hatte lauf der Kro der macht das Super nach oben Schwerbrüß hat mitgespielt gleich ein Fehler gemacht über Dynamo ist Schäden Ball vor sich rollen lassen und überhaupt schon ein Sturmortor hier in der Liga drittes Tor in der ersten Liga seit langer Zeit mal wieder ich glaube ich werde dann am Ende so für mich wird Sturm aber am Ende wenn es weiterläuft wie hier weil ich hatte schon mal irgendwann zwei schießen jetzt habe ich ja noch die Möglichkeit sind ja oft gewillt zu finden wir sind gerade was los ist boah mann nächstes Spiel ja nächstes Spiel schon wieder daheim nur die Krise hier mal den Griff kriegen ja ach stimmt da weil ich in der letzten Folge schon vergessen habe unser Herr das ist glaube ich schon wieder Vergangenheit weil ich habe glaube ich noch ein paar ein paar Folgen auf der Platte aber ist ja auch das nächste Spiel unser Schwäbe war ja ein bisschen verletzt oder ist ein bisschen verletzt boah Bundesligaspiel gut gehalten gut gehalten wenn es mal raus Dujewic ja wechseln wir mal gleich ob es ja nur ein Prozentpunkt gleich ich warte mich warum Testro sich nicht verbessert der war Top-Tor-Schütze der 2. Liga im letzten Jahr hatten wir noch nur eine 68 und sollte es dann auch nicht sie wollen auch nachkommen Junge auch die richtige Entscheidung wir hoffen einmal wechseln sie sind eigentlich es geht in der Mitte und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen so erstmal geklärt das ist ja auch viel Platz für den Konter los es spielt sich keine an das sieht vielversprechend aus oh nein ha scheiße Davies kommt rein für Passlack ja oh Schwäbe das ist ausgefüßen tja wieder böswillig hier boah die machen das gut die machen das zu gut boah glück gehabt und der Ball ist draußen wechseln bei Hoffenheim schade erste Aktion von Fieter das hatte die 44 bei Hamburg oh ja 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 stellungsfehler von gut wieder gut gemacht also es kann nicht sein dass er schneller ist dazu war schon raus gelaufen aber sprung fairer kreuzer hat den ball wieder fertig ich ja vorher und dachte schon dass er den ball zu weit vorgelegt hat die leute auf der linken position und außenposition schießen ganz schön viele drohe alle teile in 80 minuten das erste mal durch zwei torschiesel in der ersten Bundesliga bei 480 weil ich hätte auch unregnützig sein können das alles zum aufspielen aber ich habe mir den Ball schon ganz schön weit vorgelegt gehabt das worgen schön knapp hier jörg leckten sie bei viel zu weit vor kommt noch mit der Fußspitze ran und jetzt ist die Sensation woa der hätte man ja egal ach nee den habe ich ja auf die auf zentral mittelfeldspieler gesetzt ja das kann man so machen da wird die Nachspielzeit angezeigt drei Minuten wird hier nochmal gefährlich sie wollen unbedingt ach komm 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 gleich schnell das ist schon taurig mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor weg ist der Ball yes wamm geht doch oh schalalalalalalalalala hat dreckig angefangen zwei von vier Schüssen aufs Tor verwandelt ey wir werden immer effektiver und Dortmund gewinnt schon wieder Köln gewinnt 4-0 gegen Darmstadt ja so können die Spiele manchmal täuschen zwei Nachrichten Fressekonferenz ja mal gucken wir spielen gegen Köln also ich motiviere natürlich und wegen meiner Ansatzzeit ja später schauen wir kurz auf die Tabelle und wir sind als Fünfter Bayern mit drei und den Team startet dreimal eins zu eins kann man so machen die Trainings Einheit als noch mal ein Rotierung mal gucken bedanke mich fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn beim nächsten Mal wieder rein schaut und damit sage ich tschau und damit sage ich